Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Wir haben uns gesagt, wir wollen das heute und die Motivation stimmt da. Alles hat gepasst. Ich weiß noch nicht, warum es heute so krass ausgefallen ist. Ich weiß nicht. Ich dachte, es wird so wie bei Weißen Fels in Overtime ein Tor, aber so war nicht.